Ja, ja, da gab es auch keine Fräse hinten, sondern ein Blätter, das man hinterher gezogen hat. Und nun das schön von Jürgen hier umgesetzt. Sozusagen den Original-Faubennamen, so wie er aus der Kiste kam. Sehr schön. Sozusagen der Kiste kam. Sozusagen der Kiste kam. Sozusagen der Kiste kam. Sozusagen der Kiste kam. Untertitelung des ZDF, 2020 und hier eine Solo-Maschine vom A-Bahn, das letzte Fahrzeug ist jetzt unanarchierbar, vorbei marschiert, also das nächste von außen. Und insofern unsere Parade, ja, nicht ganz viel sind, aber 35 Jahre ersten Fahrzeugbeschichtung bildet den 170er bis aus den späten 70ern, Anfang der 80er Jahre ab. Da gab es aber auch keine Fräse hin, sondern war in der Praspalente hergezogen, wo wir schön von Birken hier oben sitzen, sozusagen dem Original graubnahm, so wie er aus der Kiste gerade. Sehr schön. Ja, lieber Charles, kann übergebt nicht hören. Ja, ist er hingegangen. Und da war der Räste hin. Aber der Räste hin. Und da war der Räste hier verbunden. Warhen Sie irgendwo auf den Fahne auf dem zweiten Fahne? O, was Sie wissen, was Sie sehen? Und hat sich als Sie sich ver photography an wie vom, Und das ist jetzt noch mal so. Und das ist jetzt noch mal so. Und der Räste hier, das ist noch mal so. Er hat sich dann noch mal so. Die Räste hier mit dem Tor. Und das ist noch mal so. Und das war die Räste. Und das war der Räste hier. Im Winter, wenn du Schnee in die Einfahrt kannst du nicht mehr hören. Du kannst nicht viel, da kannst du ja annehmen. Wir machen weiter um 14 Uhr mit unserer großen 1 zu 12 Bibliografie Betty Cry, Kampf der Elemente. Wir machen wieder ein bisschen Comedy. Wir bereiten uns vor auf unsere Nachtshow um 17 Uhr. Wer da noch in der Halle ist, der noch ist, wird das Licht abgekundet. Wir machen hier mit der Geleuchtung mit den Fahrzeugen mit zusätzlichen Bescheidläutern, die guten Ebel und allem, was ihr euch vorstellen könnt. Wir haben eine riesige Show, ein riesiges Finale, wer da noch ist, absolut gesehen wird. Ansonsten, einen schönen Messe-Tag, kommt's gut heim, zu Gottmehrland. Hei, auf geht's! Hei, auf geht's! Haben Sie ihr? Ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020